Der Orch Heute erzähle ich von den Orchen. Es empfiehlt sich zuzuhorchen, denn der Orch ist es wohl wert, dass man mehr von ihm erfährt. So ein Orch ist ziemlich selten, streift durch seine eigenen Welten und bekommt beim vielen Wandern einen Einfall nach dem anderen. Ja, er denkt Tag ein Tag aus, sich die tollsten Sachen aus, im Liegen, Stehen und im Sitzen strotzt der Orch vor Geistesblitzen. Und so produziert er fix jede Menge Tipps und Tricks. Diese kannst du sogar kaufen. Musst nur zum Blumenladen laufen. Da gibt's für 6,10 Euro einen Topf mit Orch-Ideen. Risskante Berufe, Folge 1. Fensterputzer. Der Fensterputzer Fridolin, komplett berauscht mit Sidolin, hängt oben an der Dresdner Bank und rubbelt dort die Scheibenblatt. Da plötzlich naht ein Wirbelsturm und bläst ihn an den Messeturm. Dort wird der Fridolin zum Fleck, doch ein Kollege wischt ihn weg. Risskante Berufe, Folge 2. Feuerschlucker. Wenn Feuerschlucker unklug handeln, gibt das meist gebrannte Mandeln. Und wir beenden den ersten Gedichtblock mit einem mütterlichen Ernährungsvorschlag. Der Kannibale frisst behennt einen Harvard-Absolvent. Drauf mahnt die Kannibalenmutter, isst nicht so viel Studentenfutter. Drauf mahnt die Kannibale frisst du? Drauf mahnt die Kannibale frisst du? Drauf mahnt die Kannibale frisst du? Vielen Dank.